Adele, der Tipp für heute und für morgen. Natürlich kommen jeweils, wir haben es gehört, viele, viele Zuschauer, um den Superstar zu erleben. Der eine oder andere sagt vielleicht, Mensch, ich würde am Wochenende gerne was anderes erleben. Und wir haben wieder sieben ganz unterschiedliche Tipps, da ist dabei ein Weinfest, ein Klassik-Open-Air, ein Altstadt-Flohmarkt und einiges mehr. Auf dem Weltkindfest im unterfränkischen Werneck gibt's Live-Musik, eine Aufführung der Kinderfeuerwehr und einen Segway-Parcours. Ein Highlight für Weinliebhaber in Oberfranken probieren Sie beim Bayreuther Weinfest rund 40 unterschiedliche Weine und kulinarische Schmankerl. Mittelfranken. Packen Sie die Picknickdecke ein und erleben Sie Orchestermusik im Kerzenschein beim Klassik-Open-Air in Nürnberg. Raritäten und Schnäppchen, alte Sammlerstücke finden Sie beim Altstadt-Flohmarkt in Neumarkt in der Oberpfalz. Schwaben beim Sommerfest Glitzerglanz und Gloria in Höchstadt an der Donau dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Außerdem gibt's eine Theateraufführung mit Live-Musik. Ein Highlight für Film- und Musikfans im oberbayerischen Wasserburg am Inn freuen Sie sich auf spannende Filme und Konzerte im Freiluftkino am Stor. Mittelalterwochenende in Niederbayern tauchen Sie ein in historische Marktszenen und authentische mittelalterliche Kulinarik in Grafenau. Alle Veranstaltungstipps auch unter sat1bayern.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017